Guten Abend, liebe im Deutschland gebliebenen. Die Anna Fremdschirms ist gerade für mich hier. Oh je. Oh je. Die Anna war gerade live. Wir waren heute, ich mache ein kleines Rätsel. Was? Ist es live? Ja. Wo? Live. Hallo. Ich mache ein kleines Rätsel, schaut jetzt eh keiner mehr zu, aber vielleicht morgen früh. Wir sind heute zweieinhalb, drei Stunden fahren und sind jetzt irgendwie am Strand. Und hier sind viele Leute. Erkennt ihr, wo wir sind? Nein, Mike, sag es euch. Ich gebe einen kleinen Hint. Wow, Mike. Vielleicht ist es jetzt einfacher. Wir sind in Miami. Und die Anna hat die ganze Zeit im Auto schon billig mitgesungen. Ja. Ja. Von Miami rockt, weil da hat es ein Bacon-Hotel. Was? Bacon-Hotel? Oh mein Gott. Nein, gib es zu. Der war super. Gut, ich weiß nicht, wie es sonst hier so ist oder ob es so ein Wochenending oder langes Wochenending ist. Hier ist ja Montag ist Feiertag. Der Fußgänger. Die komplette Promenade ist heute zugestellt, zugeparkt. Alles voll mit reichen und schönen, die hier flanieren. Wir machen noch ein paar Fotos. Wir gucken noch ein bisschen rum. Da vorne fährt die Polizei. Genießt noch mal den Blick. Schon sehr faszinierend hier. Wie gesagt, viele, viele Touristen. Sightseeing-Busse. Es wimmelt von Polizei. Ich habe die ganze Zeit schon meine Hand auf dem Geldbeutel. Es riecht nach Gras überall. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein Miami-Ding. Das ist so ein Florida-Ding. Und da spielen welche nachts Volleyball. Wir gucken hier jetzt noch ein bisschen rum. Machen auf Tourist. Und ich melde mich morgen wieder. Oder übermorgen. Oder überübermorgen. Oder irgendwann die Tage. Bis denn. Guten Morgen, wenn ihr das schaut. Wacht schön auf. Viel Spaß in Deutschland. Wir werden morgen die Kies unsicher machen. Wir werden morgen die Kies unsicher machen.